Ich kann nicht sagen, ich will arbeiten von 11 bis 1 jeden Tag, nachts. Da ist kein Markt, an dem ich Geld verdienen kann, offen. Das heißt, diese Freiheit zu arbeiten, wann ich möchte, ist ein bisschen eingeschränkt. Und beim Trading ist es ja auch nicht so, dass der, der mehr arbeitet, mehr Geld verdient. Es ist nicht so, wenn du 1000 Trades jeden Tag machst, dass du mehr verdienst, als der, der 10 Trades macht oder 5. Im Gegenteil. Bei mir ist das immer so, wenn ich viele, 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 viele Trades mache, dann ist der Tag ziemlich scheiße oft. Weil dann das kleine Männchen da steht und sagt, hol es zurück. Das geht nicht. Du musst auf Signale warten, du musst diszipliniert sein. Und deswegen liebe ich es, meine Ausbildung zu machen, weil die mich diszipliniert.